Herzlich willkommen bei Intermedia Solutions. In dieser Übersicht zeige ich euch, wie ihr ein individuelles Projekt ganz nach euren Vorstellungen aufbauen könnt. Platziert ein Fenster auf der Webcast-Seite und wählt eines der vielen IMS Webcast-Module aus. Jedes Modul kann mit wenigen Mausklicks einfach konfiguriert werden. Platziert beliebig viele Module auf der Webcast-Seite. Mit dem IMS Webcast-Manager könnt ihr unbegrenzt viele Projekte erstellen. Jedes Webcast-Projekt kann wiederum aus mehreren Seiten bestehen. Durch die Auswahl und Positionierung der Module könnt ihr für jede Seite eigene Designs und Funktionalitäten definieren. Jeder Webcast kann durch eine Registrierungs- und Login-Seite geschützt werden. Somit kann der Zugriff auf eine bestimmte Zielgruppe limitiert oder Nutzerdaten abgefragt werden. In der Teilnehmerverwaltung kann das Nutzerverhalten inklusive der jeweiligen Online-Seiten eingesehen und ausgegeben werden. Nutzt unsere große Auswahl von Modulen, um euer Webcast-Projekt zu gestalten. Mit dem Video-Live-Control-Modul könnt ihr beispielsweise Pre-Roll-Inhalte hinzufügen und zwischen einer beliebigen Anzahl von On-Demand-Videos und Livestreams wechseln. Alles on the fly während eures Live-Webcasts. Mit dem Kommunikations-Modul könnt ihr Chats oder Nachrichten hinzufügen, die in einem geschützten Admin-Bereich moderiert und priorisiert werden können. Fügt eurem Webcast Abstimmungen, Umfragen, Wahlen oder Tests mit Benotung hinzu. Die Umfrageverwaltung bietet hierzu viele Möglichkeiten zur Steuerung und Gestaltung. Verwendet den HTML Text Editor, um individuellen Web-Content zu erstellen und fügt Links, Logos, Text, Downloads sowie eigenen Quellcode hinzu. Mit unserem Real-Time-Videokonferenzsystem kannst du den direkten Austausch mit deinen Teilnehmern in beliebig vielen Breakout-Rooms oder Workshops fortsetzen. DSGVO-konform und alles auf einer Plattform. Im Menüpunkt Projekt findet ihr unter anderem den Copy- und Paste-Code, um euer Webcast-Projekt auf eurer Website einzubinden, sowie den Weblink und QR-Code, um es in einem Browser aufrufen zu können. Euer interaktiver Webcast ist sofort live im Internet verfügbar.